Die Erdbeerbäume sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Heidekrautgewächse. Sie umfasst elf Arten und findet sich hauptsächlich in Mittelamerika und dem Mittelmeerraum. Beschreibung Erdbeerbäume sind immer grüne Bäume oder Sträucher mit glatter, abblätternder, meist rötlich-brauner bis grau geschäckter Rinde. Die einfachen, ganz randigen oder gesägten, oberseitig glänzenden, ledrigen und gestielten Laubblätter sind wechselständig angeordnet. Die meist fünfzähligen, weißen bis roten Blüten bilden in ständiger Rispen. Die Krone ist krugförmig, die Kronlappen kurz. Die Staubfäden sind am Ansatz geschwollen, die Staubbeutel haben an der Spitze einen Auswuchs, die Pollen bilden Tetraden. Die Narbe ist schwach gelappt, die Fruchtknoten sind Papillus, die Fruchtblätter haben zwei bis mehrere Samenanlagen. Als Früchte werden warzige, mehlige, mehrsamige Beeren gebildet. Die Samen enthalten einen spartelförmigen Embryo. Die Chromosomengrundzahl beträgt x ist gleich 13. Verbreitung Die Arten der Gattung Abutus sind von der Westküste Nordamerikas über Mittelamerika bis Nicaragua sowie im Mittelmeerraum in Gebieten mit Jahreszeitenklima verbreitet. In Mittelamerika werden Höhenlagen bis 3100 Meter erreicht. Keine Art ist in Mitteleuropa winterhart. Systematik Die Gattung Abutus gilt als paraphylitisch. Sie zerfällt in zwei Kladen entlang ihrer geografischen Verbreitung, also zum einen in eine neuweltliche, zum anderen eine altweltliche Klade. Sie umfasst elf Arten. Altweltliche Arten Westlicher Erdbeerbaum Östlicher Erdbeerbaum Kanarischer Erdbeerbaum Ein Ende mit der Kanaren Abutus Pavaripamp Ein Ende mit der Kyreneika Darüber hinaus gibt es die hybriden Abutus malandrachnoides link Abutus malandrosterilis M Salas pascual jade R Aspis ginoves und M M Delaco agila Neuweltliche Arten Abutus arizonicasac Abutus madrensis M S Gonzales elisondo Amerikanischer Erdbeerbaum Abutus occidentalis MC Wow und M Rosati Abutus peninsularis Rose und Edemp-Goldman Abutus tesseler tapet Die Sorinsen Abutus xalapinses kund Nachweise ABCD Peter Schütt Hans-Joachim Schuck Bern Stimm Lexikon der Baum- und Straucharten Das Standardwerk der Forstbotanik Morphologie Pathologie Ökologie und Systematik Wichtiger Baum- und Straucharten Nikol Hamburg 2002 ISBN 3 933 203 538 S 48 ABC Peter F Stevens Eric Sey In Klaus Kupitzke The Families and Genera of Escula Plus Volume 6 Flo Ehring Plastik Cotaldens Selastralis Oxalidalis Rosalis Cornels Erikels Springer Berlin Heidelberg New York 2004 ISBN 3 540-065-121 S 169. Eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche A.B. Paul D. Sorensen Abutus In Flora of North America Editorial Committee Flora of North America North of Mexico Volume 8 Magnolia Fütter Pionier Chee to Eric Sey Oxford University Press New York Oxford unter anderem 2009 ISBN 978-019-534026-6 S 398 Paul D. Sorensen Abutus In Jade L. Lutein Eric Sey Part 2 The Superior Ovarit Genera In Flora Neotropica Monograph Band 66 1995 S 194-221 Auszug online A.B. Lena C. Heilman Michael C. Vasei V. Thomas Parker Phylogeni and Biogeography of The Abutuide Implications For The Matrientian Hypothesis In Systematic Botani Band 26 Nr. 1 2001 S 131-143 PDF-Datei I. It's Quirdo Jade L. Martin C. Zurita M. Areca Valeta Lista Des Pichys Silvestre De Canarias Hongos Plantas Y. Anemales Terrestria Consiguria De Medio Ambiente Y. Ordination Territorial Gobierno de Canarias La Laguna Santa CRUZ Tenerife Islas Canarias 2004 ISBN 8489729239S 121 PDF-Datei 23,2 MB Werner Werner Greuther Heve Mauriz Erbordet Galon Med Checklist A Critical Inventory Of Escula Place Of A Cirque Mediterranean Countries Vol 3 Dekotel Edones Conservatoire Vareja De Botanique Genève 1986 ISBN 2827701537S 201 M. Salas Pasqual Jade R. Espes Gino W.S.M. J. Delaco Aguilar Abutus Mal Andros Terris Inu Interspecific Hybrid Bitwina Canariensis N.A. Unedo From The Canary Islands In Texone Band 42 N.A. S. 789 bis 792 Jade Stor 1223.264 Liste